Sofort ist niemand mehr gemeldet, die Debatte ist geschlossen. Ich weise das Volksbegehren 348 der Beilagen dem Umweltausschuss zu. Wir kommen zum zweiten Punkt der Tagesordnung. Erste Lesung Volksbegehren... Und der zweite Tagesordnungspunkt beschäftigt sich mit dem Volksbegehren Smoke 9. Für die verfassungsrechtliche Absicherung des generellen Rauchverbots in der Gastronomie setzt sich ein Volksbegehren ein, das bundesweit von 140.526 Personen unterstützt worden ist.